I'm coming, peace. Ja, meine lieben Freunde, das sind Matthias, der Lucky Angel aus Bali. Und ich möchte euch eine Nachricht senden nach Aarhaus im Großfeld. Also zum Dirk Grabe, mein guter Freund, mein Vater ist von Aarhaus übrigens. Ich habe Glück, hier ist noch ein Fitnessstudio offen, auch in Bali. Es sind viele Studios geschlossen und auch wenn das geschlossen wäre, hier würde ich meinen Beitrag weiterzahlen, um das Studio aufrechtzuerhalten, wenn die Zeiten verrückt, die verrückten Zeiten, die Pandemiezeiten vorbei sind. Weil wir brauchen eure Fitnessstudios. Dirk, wir brauchen deinen Fitnessstudios, wir brauchen das Fitnessstudio. Wir wollen trainieren und wir wollen dabei bleiben. Viele Grüße, alles Gute, ciao.